Was wollen wir jetzt machen für eine Runde? Normale oder normal? Normale Okay Ich habe ein Schild, glaube ich Ja, ich habe ein Schild Muss mir nur sagen, wohin, ne? Ja, nein, das führt an Egal wer Hier mache ich einen Hinder Ja Ja Hallo? Ich habe einen Troll zerstört und er kam direkt über meinen Weg Kannst du einen Dropfeuer markieren? Nein, ich glaube, ich weiß was, aber Ja Der Typ muss sich jetzt richtig ablachen, Alter Warum? Dass wegen seiner Drohne ein Mate von uns gestorben ist Oh, ne, ist deine Leiche blockiert auch noch Ready for company Hast du noch, äh, noch was? Auffall Auffall Dank dir Nein Alter Kürz Das war knapp, aber ich habe alles Warte, jetzt woher ich es gestört Ich gucke mal in meinem Drohnen Loll Ich Voll ich bin auf der Aufnahme Im Vordereingang sitzt noch niemand Im Vordereingang sitzt noch niemand Toll, die Leiche von ihm guckt hier raus F*** Meine Traps sind da Die Bucke ist auf jeden Fall oben Ja 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 Weiß ich nicht Ich will gerne nochmal in die Drohnen gucken, aber ne, ne, grad nicht Ist das heisst still? Ja Bei mir An der Tür Lass ihn Oh So Farbe Lass ihn kommen Ja, dann einfach kommen lassen Ja, ey, oh, du kannst Also Michi, du kannst deine Drohne nutzen Ne, kann ich nicht Einfach kommen lassen Da ist eine Trap Oh, ich hätte nein, ich hätte hier bei den Chip lassen können Oh, ich hätte hier bei den Chip lassen können Oh, egal Schön, wie schön Werkstatt Aber jetzt bitte nicht dein Teammate abschießen, ne? Jo, ja, so aussehen Also ich habe es auch eingesehen Wieso höre ich die nicht? Ich höre... Na, ich höre die nicht Ich höre die nicht Ich höre die nicht Ich höre die nicht Wir müssen den Biohazard-Container Ich komme gar nicht so hoch. Ja, das ist meine Drohne. Ne, hinter dir war ne. Ich habe hier oben eine. Dann mache ich noch da unten eine. Ja oben, oben kommt wer hier. Am Fenster hier. Also wie lange die überlaufen. Ich habe hier noch mal in die Kameras gucken. Boah, das war arschhaft. Der hätte eigentlich durchschießen müssen, aber ich glaube der war richtig überrascht. Ich habe hier einfach zu viel auf und drauf geschlagen. Das war's, ich bin tot. 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 Nein. Bin tot. Ich bin tot. Das war halt, aber den Matten richtig komisch gelübt. Warum legt es hier Matten so vorne hin? Können wir sie doch sehen. Manche nicht, manche sind Vollidioten. Kaum sagt es, läuft sie in eine Trap rein. Ja, das wär lustig, ne? Geh weg, guck weg! Ich heb nicht genug. Freundliche Engel. Da. Oh Gott, wurde geblendet. Genau, ich habe auf den Kopf geaimt. Äh, The Force ist nicht low. Wo ist die denn? Wenn du jetzt da durchguckst, dahinter. Wo? Nein, bei den anderen. Genau, dahinter, 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 da ganz hinten dahin. Hast du gesehen? Naja, natürlich kommt mir jetzt einer von. Oh, toll. Warum? Ich hatte doch eine Klima da liegen. Äh, ja. Ich sehe schon irgendwas. Ist da jemand getroffen? Ja. Was denn? Ah, ich bin bereit im Token. Also du kannst ja online kommen jetzt. ... ... ... ... ... ... ... und vor jemand reinläuft warum würdest du mich zerstellen bevor ich reinlaufe? ich möchte dich gerne zerstören ja vorst ich glaube vorst du holst uns noch alles weg frost right hand side ja i said there is a trap guck mal ich hab doch gesagt weißt du der hat sogar kurz nen Bogen gemacht das aber dann direkt rein klab um so ich hab das du kannst sagen was du willst mich die Idioten hören dann find ich drauf ach so da wird ja wo dann kann er hier wieder Fuse nehmen ich nehme Termite find the biohazard container location wuhu someone joined our channel hallöchen ehho dann sind wir jetzt zu viert wer ist pico äh das bin ich was ich finde die nicht richtig hart und leise dann stell mich lauter das ist falsch was ich gerade mache ahja äh wo bin ich nicht spawnt hier ob ich herkomme äh hat jemand rausgefunden wo die sind braucht die noch lange 1-2 runden gut dann kann ich kurz noch die eine CSGO-Kiste öffnen ja ich muss die halt öffnen heute ist der 16 und ne klatschkiste dran ich glaube das ist ein Büro ich glaube auch ich glaube auch ich hab vorst ich hab vorst ja ich hab vorst falle ja das ist ein Büro hm äh fuck geht der nicht so glaube ich gar nicht verpasst die ganze Show logicbomb ja ah ich na toll hehehe ja ich hab mir überspekt gekommen dass ich gar nicht mehr aufs Fenster geguckt das ist ja ich hab wieder VIP wir sind fertig MVP ja und ihr machst nur Recruit Challenge oder was? gleich ja wenn du da wenn ihr seid beiseite machen wir wieder Recruit ich hab mich zweit hatte ich bisher nur mehr so geht so fasziniert ne Verteidigung besser als im Angriff aber was macht ihr genau mit Recruit? da kann man ja alles mögliche auswählen äh P90 in der Verteidigung und die anderen dürfen uns aussuchen halt ak ja dann ist ja gut aber Angriff ist bei mir immer deutscher Shotgun oh ja n n n n Das war's. Das war's. Das war's.